Nein! Fuck. Tut mir leid. Ihr müsst euch jetzt mal meinen coolen Hut angucken, den ich eingeblendet hab. Richtig stylisch aus. So. Jetzt bist du so'n... Jim Knopp. Ja, ne? Nicht, aber nicht, nicht... Warte, das ist falsch. Wie heißt denn der Penner? Das Waisenkind? Oliver Twist? Oliver Twist, genau, daran erinnere mich ich das. So ein bisschen Zugfahrer-mäßig. So. Ich find meinen Helm geil. Oh, meine Kette ist schon wieder köpfert. Oh, der Rezept... Something... Oh, was? Onig-Weiz-Mantel. Braucht das wer? Kochrezept? Ne. Bevor du's verkaufst, würd ich nie. Jetzt war mein Pet wieder verpackt, bis ich gestorben bin, na egal. Wir haben den kritischen Zeitpunkt erreicht. Alter, wie grün hier leuchtet, heftig. Nox, mach dir die Batch doch auch rechts dran. Du wirst so... Hier fehlt 2 Gold. Was? 2 Gold hab ich gesagt. Wie es echt... Sowas von Grumpy Cat ist. Ich find sie ist richtig, richtig cool. Hm. Achso, es geht los. Es war echt schwer, irgendwas Gescheites zu machen. Also, wenn man was ernsthaft machen will, gefällt's mir irgendwie nicht so. Grumpy Cat ist cool. Ne, das stimmt. Fand ich die WoW-Dinger besser, da kannst du ernsthaft Sachen noch nutzieren. Ne, aber Wilesler ist ja nicht ernsthaft. Ne. Ja, aber es fehlt irgendwie... Ich hab nicht ein Raumschiff oder so einfach gesehen, Hendrik. Ne, ich hab die Dinger mir nicht angeguckt. Ich kann's nicht sagen. So ein stinknormales Raumschiff oder eine Rakete wär irgendwie ganz lustig gewesen. Warum verwandelt man sich hier eigentlich? Ist das auch ne Tarnung oder was? Ja, man schleicht sich doch hier ins Gefängnis rein. Achso, okay. Das sind die Aufsteller, die wir nachher auch umhauen oder nicht? Wir sind die Gefängnisaufwärter, Anwärter hier. Streikbrecher. So. Nein, wir sind doch, wir sind die Bösen doch allgemein. Und das ist unser Gefängnis. Und da ist ein riesen Streik im Gefängnis. Jetzt töten wir die Leute, die streiken. Genau. Und da infiltrieren wir das. Schnell gehandelt. Nennen wir es adäquat. Es sind doch hier Streikbrecher, die gegen unser System ist. So gesehen sind es im Grunde genommen die, die, wie heißt es jetzt? Exhal. Exhal, ja. Was haben wir jetzt noch nie gehabt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch keinen sonst mehr. Hatten das oberste noch nicht. Das erste hatten wir schon gehabt. Das erste hatten wir schon gehabt. Warte, ich muss die Namen sehen, dann kann ich so sagen. Ich kling einfach mal drauf. Ich glaub das ganz untere man mit gehabt. Oder das mittlere. Das cold hatten, das untere hatten wir glaube ich. Das war so mit dem cold glaube ich. Oh. Random erinnert mich irgendwie an, an, an hier. Die Pflanzenthusi aus Batman. So ein bisschen, ne? Weil der so mega kling ist. Poison Ivy. Poison Ivy. Hendrik erinnert mich mit seinem Charro an dieser Dinger aus Tal der Vier Winde da, die man da und tötet da. Die erinnert er mich. Wie heißen die nochmal? Wir haben uns mit V, oder? Wirren. Oder so. So einer. Hendrik, so hättest du dich nennen sollen, ey. Hier, dreh dich nicht um. Fell mittlere hat mir noch nicht. Kriminologie? Ja, mittlere oben und und nach. Einige gefangen haben Felsenbrecherminen betreten. Glaubst du? Ah. Der eine hat nicht hingewordnet, der hat verloren. Gehen wir mal weiter. Wo müssen wir jetzt hin? Hm. Da hinten. Ich glaub wir müssen hier oben wieder raus, oder so. Was war unter? Da geh mal runter jetzt. Ne, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung, die ich grad gucke. Okay, geh mal runter. Okay, auf so ein, zwei Mobs mach ich gar keinen Schaden. Ne, das müsste richtig sein. Das ist das, wo ich, äh, richtig gut Schaden mache. Ich denke, ich mach gar keinen Schaden. Geht. Ups. Da. Wir gehen jetzt gleich nach links irgendwie. Echt, also richtig hell brauch ich ja nur dann, wenn irgendwer keine Shield mehr hat, oder? Theoretisch, ja. Ja. Ja, jetzt hat der Nuss hier mal nicht voll Hewspam und... ...wahr ich erst, wenn die Shield hier aufbauen können. Pull weiter. Pull. On my way. Pull. Ah, kräftig gepullt. Zack, da flog der Magier Pyron. Oh. Extra gewartet auf. Rote Weg ist, dass jeder, der Mensch gelesen hat. Es ist sehr nervig, wenn man rausspringt und dann im Sprung gestunt wird und dann... Ah, jetzt müssen wir endlich mal runter. Ich bin echt gespannt, weil die Dungeons werden mal so mega einfach, finde ich das ja auch nicht. Jetzt geht's eigentlich. Ja, nachdem man ein bisschen weiß, was man machen muss, schauen wir mal. Wenn das hier so gesehen das Szenario ist, dann kann's lustig werden. Ja. Morgen gehen wir eh schon. Inni. Ja. Da steht's hier in Brünnerfke rum. Wo sind die Farben drücken? Warum rennt die da so weg? Ach, die holen sich da irgendwelche Sachen. Ah, die holen sich Waffen. Deswegen kann man die da wegnehmen. Dann haben die keine Waffen. Das ist... Bisschen Augenkrebs gar nicht. So, und darfst du's noch mit den Dinger machen? Ah, Farben Dinger. Mach mal wer anders. Mach. Da vorne, Henrik. Mach's ja, na gut so. Das ist so ein Easy-BB-Dinger, Alter. Pullen wir die alle zusammen. Ohohoh jetzt kommt aber echt nassig. Hammer. Woow. Das war jetzt. Ich hab da aber kurz gependelt. Ich hab alle niedergeworfen, ja. Du bist immer so in eine. Wäre ich eine reale Person... Auch nochmal. Boah, ey. Wer fährt echt schon wieder Quatsch? Sof, 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 sof. Wen geh ich da. Tot. Hallo Alex, hä? Du warst tot, Henrik? Ja, ich bin verrekt gar nicht ganz am Anfang, weil da so viel kam. Das hab ich ja nicht mitbekommen, sorry. Dann hätte ich jetzt Alex noch ein Schild geben können. Ja, ja. Mach das da. Ich mach das mal in heute. Grün, orange. Oh Gott. Oh Gott. Fünf Farben. Oh nein. Ich hab's auch falsch gemacht. Was regelt ihr da? Nee, ich bin... übelst übermüdet. Du hast... Du warst nicht so lange wach wie wie. Nee, ich bin aber irgendwie, ich hab nur irgendwie drei, vier Stunden geschlafen. Ich auch. Ich hab Halsschmerzen, Kopfschmerzen, hab Ibuprofen. Oh, jetzt muss ich hier schon wieder rein. Ich glaub ich jetzt zum dritten Ball rein, ey. Wenn ich jetzt gequatscht hab, hab ich's verkackt. Ja, 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 ne? Jetzt macht das irgendwie anders. Was läuft der auf Fox? Oh, das sieht aus wie... Kangelist. Stargate. Nee, die Mumio. Warte auf fünf mehr, trifft dich mit dem Vorseher. Wir müssen ja warten. Vorsteher ist oben, oder? Ist oben. Neuburns. Neuburns. Damit diese Zirkel aber original bei SC2 geklaut haben. Was hat sie geklaut? Ja. Die Zirkel? Zum Quest abgeben mit der Nobums, ne? So was da hatten wir noch nicht. Schießstand, okay. Okay. Hier bestimmen wir alles, ja. Ach, surprise. Eliminiere randalierende Gefangene. Muskeln. Das ist ein Stück. Gehen wir jetzt da durch, wieder? Ja. Jo. Guck aus. Guck raus, ja. Ja. Irgendwie die Details sind echt cool. Grafikmäßig. Ja. Freut mich voll. Vor allem kein Standard-Fantasy-Ding. Ein bisschen Sci-Fi. Gibt's viel zu wenig von. Gemeinspiele-mäßig. Was sind Sie schon? Bin mal interessanter auf die Dungeons. Ich hab mich zum Glück noch nicht spoilern lassen durch Stream oder irgendwas. Ich hab mich auch noch nicht spoilern lassen. Boah, ist hier ne Menge, ey. Vorsicht, die schießen, damit man ruhig ein. Ja, was war ich hinter mir? Ja, was war ich hinter mir? Ach so, da war nur ein Streifen. Ah, ich hab nach vorne gesprungen. Bluh, hinter uns. Wir müssen aber raus. Haben wir die geädet hinter uns? Ne, ne? Nein, 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 nein. Okay. Wo sind wir hin? Runter. Ja, da runter, am Turm. Oh, toll. Ich hab meine Sensen. Oh, viel zu spät. Wann man irgendwas aktivieren? Ja, da leuchtet irgendwas. Da macht Lupus. Ja, die Turrets reprogrammieren. Kommen da der Gegner? Weiß ich nicht, ich glaub nicht. Okay. Ich hab's gemacht, keine Ahnung. Wir haben eins von vier Post. Wo seid ihr hin? Laser auf dem Laser. Du fliegst. In den Mond stein fest und spür die Kraft, du kannst es tun. Oh, Sailor Moon. Ach, geh. Haben wir denn das Tanz irgendwie aufgenommen, irgendwas, Hendrik? Ich nehm Diggergott auf, ne? Wieder vorne. Hast du nicht sicher, ob das was wird, gell? Nee, hab da wo einfach, weil ich verpeil doch. Dann kam erst die Idee, ach ja, ich könnt ja auch aufnehmen. Okay, jetzt kriegen wir kein Goldzimmer. Ah. Perfekt. Davor nur Gold, ja? Mal hier an die Leute, die das schauen. Nur Gold. Nur. Lief so gut. Wenn wir's jetzt versauen, dann ist es nur, weil Hendrik die Aufnahme bestätigt hat. Und wir deswegen Hofe-Effekt und so. Jetzt muss ich das wieder mal in Orange, Grün, Blau. Ja. Danach fehlt noch einer, wo ist der letzte? Da, äh, oben. Schau, da raus, muss man doch gehen. Mhm. Meeh, Meeh, Hintergrundgeräusche in der James-Tanz-Game noch richtig auf'n Sack. Das ist aber gut logisch. aber es macht die ganze Zeit meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee was der in die weg geflogen ist aaa danach ist es fertig das war ja easy vier also richtig hier ich habe einen Back bekommen Wahrnehmung ist glaube ich nichts schlecht für mich wo ist das? oder für Level 18 das ist unterstützungskraft wird es mir geben ich weiß nicht wie es bei dir ist ja auch unterstützungskraft und kritische treffende jahrack töten nehm das mit ja ja für mich ist das crap die hanschuhe sind die crap ich hol mir einfach viel anderen endlos fand ich leicht irgendwie der am ende dann nur da aus der dann so als zwischengegner vorhin war mit dem dreierstrahl nach vorne und dann eben aus solchen der jahrack der macht echt viel shit ja woher kommen dann ganz schön viele ends mir bewusst loot ist loot wo ist er geradeaus und hier wieder hier links und dann hier runter wieder in den raum ok wo denn die questfall wäre das auch manchmal ganz schön viel passiert ja von hinten kommen große wo denn geh mal runter weiter wir kommen viel mehr da kommt jetzt einiges ums eck ja zieht ihn nur kurz agro da kommen auch welche von vorne wo sie nicht wollen wo wir hier mal umgekippt sind nein kommt um die ecke zum richtig fucking viel ich wurde zum glück weggeschickt jetzt drauf oder bau sie mal um hier wir müssen sterben zu gestalten noch ein ja wieso kommen wir schon wieder so übel stream viele ich bin gerade nur noch irgendwo ich wollte auch x drücken gerade ja die kommen unendlich irgendwie ja die kommen unendlich irgendwie ja die kommen unendlich irgendwie man ist direkt beim jahrack gemacht das war heute bei Alex besser ich habe keine ahnung ich glaube das ist ein bisschen bugt wenn da nur unendlich viele spawnen oder man muss mega durchrennen ich habe kein boh du musst einfach durchrennen ist das so der der enrage timer du bist zu larm da sind vier da sind vier jetzt kann mich nichts und niemand mehr aushalten boah passt auf jetzt bitte wieder ist die gruppe da geaddet die eine sind resettet warte warte was ist ja hier guck das war ich zeig nur gern das ist das auch mal einer fähigen Bus das ist aber auch eine andere position wo der steht ne ja aber macht die gleiche schlösser glaube ich ok von mir her wird es gehen glaube ich wenn der gleich ist wo der wo der brauche ich einfach ich war glaube ich keiner irgendwo das ist iso nervig her zum gut der kommt dazu irgendjemanden um zu wirbeln wir meinen aber weg gemacht ist dann ja es ist gestern go 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 was aber noch mal einmal weg gleich mein aber weg dann wenn es geht und jetzt auf mich oder netz die ordentliche weiter ich gehe mal hier auf das wieder wir sind geparkt zwölf der hier wieder da ich wollte das nächste da ist der add ups da noch wer mit äh das passt normal jetzt muss add kurz spotten dass ich unten drauf machen kann kommen noch mehr boah ich vorsicht die dauern zu ewig, wollen wir lieber auf den boss gehen die brauchen echt ewig durch die aufdenken ich komm zu dir Nox ich hab mich vor dich gestellt mal kurz hoch ich hab noch nen Halter genommen schauen dass wir den boss wegkriegen ja ich kann nur also echt nur den kleinen gegen deinen großen einfach immer selber jetzt halt der typ fehlt halt jetzt fehlt der mensch die 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 strahle kanonentypen die kannst vergessen die haben übelst viel leben naaa ist ja ne gärte doch ne halbe minuten oder auf einen drauflauen jetzt stehen die hier wieder das ist so ein verpackter scheiß ein rein kicken auf die typi alter ich sag auch nicht ob das so soll dass die da auch mit zukunft und nämlich nicht so stück der typ nicht mehr im wirbel ja nur kann losgehen ne 36 erst muss ich ihn ersetzen ressourcen von alle spielern sieht man leider irgendwie nicht nervig zum überblick zu behalten was siehst du nicht ich seh nicht wieviel fokus nox gerade hat er hat sich sein schild und seine leben 658 boah wieviel andere energie sieht man nicht müssten auch noch einen bauen aber jetzt ja was ist da jetzt schon wieder wieder 5 minuten 5 minuten schon wieder ein hotfix oder was komm 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 der hotfix wird 5 minuten oder weniger dauern oh lol ich weiß nur nicht wann wenn ich das richtig verstanden habe ach stimmt jetzt wo du es sagst einfach so schnell wie es geht knöppeln stun dann und er gefehlt ich mach den nächsten ach ich wurde in der luft gestunt na der hat jetzt noch eins ich stun mal durch so spät sind ads klein ads die down machen dann zieh dem was man näher immer an die ads denn ich auf alles schaue das ist nicht so einfach weil er sich kaum bewegen lässt weil er ständig andere leute anschaut dann sollen alle anderen leider auch zu den ads kommen keine ahnung sind wieder ads? ich kann ja kommen hier wieder immer mehr ads von oben ja boah ist das das wird extra so oder also die halt die gehen halt gar nicht down irgendwie aber nein ja weil alle auf sie gehen müssen und wie gesagt wenn die zusammenstehen gehen die halt down das ist kein problem dann müsste ein bisschen mehr das ding ist die ach down ach down das ist jetzt übelst action der typ ist so schlecht alter oh mein gott schon wieder weggestorben ach dann ich schmeiß mal cooldown klingt jetzt nicht schnell genug weg das kommen wieder neue aber nicht zu zweit ist dann mal den boss ist ja ok man macht die man sollte ja nur wegkriegen nicht doch die gehen so denke ich es zumindest ist wenn wir den boss noch stunden aber ich werde voll durch die ich wusste in 8 Sekunden kann ich mal durchstunden muss nur einer mitstunden ich kann dann auch mitstunden ich kann dann auch mitstunden warte sag dann einfach go na jetzt ist irgendwie gar nichts drauf gegangen doch er wird dann er kriegt dann mehr schaden weil er wieder wird naja aber er müsste eigentlich auch gestunt sein aber ist egal go 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 schon mal anders als wir es zählen auf was der boss ist fast dabei lauft einfach mal ein bisschen rum von den ads weg ganz viel geht kapuuuut geht doch ja boah und die ads leicht schon wieder boah schwere füße ne leichte füße sind das ja tat lukas geht rein in der silvabonze das kriegt diese verdammten insassen zurück die strengung nochmal die weibes ist vor uns ich sag mal das ist was ich denke ich sag mal alles gleiche bitte diese verdammten insassen geben einfach nicht auf die 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 vielleicht kamen deswegen auch die ganze zeit noch mehr gegner müssen wir mal ein video anschauen wie es bei anderen ist das ist das void geht wieder mal schauen wie das jetzt wird und die ganz viel netz kommen und das tauschen zu mussten Oh nee, du. Meehm. 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 Die Musik ist lauter, wie gesagt. Da kommen sie schon. Das ist ein Doppelkill. Wollen wir noch mehr? Doppelkill. Drei Fallkill. Superkill. Ultrakill. Ultrakill. Cool Dawn Hier ist ein richtig viel wieder Habts den Grundall umgehauen Hendrik hat Cool Dawn von mir Alter Mal wieder gestunt Ah, jetzt ist es rausgefunden Was dann? Oh, da kommt noch mehr. Ja, kommt mal ein bisschen wieder zurück. Oh, das sind viel. Bis dann gleich, jetzt. Willst du dich umknocken? Oh, jetzt hab ich gepennt. Ich auch in dem gleichen Moment. Geht ihr aufs Tor, oder? Naja, hat noch genug, hat 83%. Wie viel Zeit noch? Eine Minute, ach du Scheiße. Jetzt kommt richtig viel, wir sterben jetzt wahrscheinlich. Kann man jetzt schaffen. Was dann nochmal? Halt die Fresse. 50%. Vorsicht. Woah, ich verrecke. Oh ne, loggle, ich pass doch. Hendrik hat Schild von mir. Musst du weg, kann ich rollen. hier ist dann aber wie viel kommt da noch mehr die neuen lockt da und nur noch da und mit dort ich bin noch nicht das geht noch 20 Sekunden noch 15 lass die sonst draufhacken holt keine neuen lass die hacken die kommen irgendwann auch alleine her 8 7 5 das sollte sein nein oh dass die mobs verschwinden nein oh god nein ich bin tot ah sie auch noch ab ja nur noch ein bob gestorben diese gefährliche exit instanz button ich finde das bringt spaß willst du rüber gehen? schau jetzt hab ich so einen weg wäre es noch nicht so extrem viel ja ich muss wieder zu dem typen in dem gefängnis ach da ok dann gleich zurücklaufen ich glaube vielleicht haben wir gold auch nur geschafft weil wir irgendwie kürzere quests hatten das hier dauert jetzt viel länger als teilweise das andere ich hoffe der berechnet das halt ja ich bin nicht so sicher ja jetzt hab ich schon das das glaub ich nicht dass das jetzt gold wird zwei wipes da drin schon maximal silber und das auch nur mit augenzu das ist doch nicht zu glauben jetzt kommt die am ende Leute die war vorher mal am anfang ja dieser waren auch das muss doch draußen voll viele bosse oder irre ich mich gar nicht ne zwei es sind immer zwei glaub ich die bosse changen halt immer durch und so ich find das echt angenehm so ist jetzt nicht wahnsinnig ganz anders oder sowas ist ein bissel neu ne hier geht irgendwas anders da irgendwas wir müssen hier irgendwas LF drücken wow wow diese verdammten Insassen f 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 letzten au idiot er kommt sie ist da sie ist hier direkt rein gejumpt in unserem fight ja ich glaub man beschwert sie indem man diese dinge da weg holt doppelkäse stun wir sie mach ich stun na das ist die moon gibt keine ammo weg ich hab alles drauf geworfen auf sie hoch geholt ich hab gegen kacke oh oh ja ne 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 propriode die kommen mehr officially die kommt man auch weniger an gerade bei die scheiß Meteora von oben nicht die neue können man doch ein schritt zu�� wissen im nur noch sind ich will noch, wenn dann ab jetzt bin rBob der wenn ich mir die deine Hier ist eine Amor, wenn man hört. Jetzt ist sie weak. Oh, cheat ich auf dem Berg da hoch. GG. Schon wieder nichts. Ich kann fast nie einen Lied machen. Brutalität. Steht noch einer. Kritische Treffer, Rettung und Brutalität. Das ist wohl nur zuviert worden. Ja, der ist echt so oft gestorben. Na, das merkste halt sofort. Ist der jetzt in dem Fall schon wieder gestorben? Ja. Wie hat er das denn geschaffen? Der war echt easy, also da kam er fast gar kein Scheiben drüber. Was ist das denn jetzt? Okay. Na, guck, jetzt sagt er nämlich wieder mangelhaft. Und meinte er, ja, du ist wohl gut. Ah, B da? Junge. Oh, da ist ein Porträt. Oh, alle nett. Natürlich alle nett. Dekor. Die Zett, du darfst dir die Ingeburg über dein Bett hängen. Mach's ganz groß. Masturbationsverlag für deinen weiblichen Charm. Kann ich gleich mit Medall benutzen, gell? Ja, ich glaub schon, dann wird das in deinem Ding hinzugefügt. Hitze bitte. No. So.